Wer dieser Tage zum FCA will, steht ziemlich alleine da. Das Gelände verweist, die Geschäftsstelle geschlossen, die gesamte Belegschaft verreist. Oder besser gesagt, auf Betriebsfahrt in Liverpool. Augsburgs erstes Mal in Europa, Augsburgs famose Gruppenphase und dann Augsburgs Los im 16. Finale gegen den Glorreichen. FC Liverpool, der Mythos Anfield Road, jeder beim FCA soll ihn miterleben. Alles was laufen kann, haben wir mitgenommen. Trainer Markus Weinzierl spricht nicht von der versammelten Belegschaft, sondern vom äußerst spärlichen Spielerpersonal. Nach Bayer und Carlsenbraker fehlen im FCA nun auch noch Vollner, G, Trochowski, Hong und höchstwahrscheinlich auch Torjäger Raul Bobadier. Es ist generell klar, dass wir keine Spieler einsetzen, wo ein erhöhtes Risiko besteht. Von daher werden wir schon verantwortungsvoll mit der Situation umgehen und dementsprechend auch aufstellen. Aber so aufstellen, dass wir hier eine Chance haben und dass wir hier weiterkommen wollen, steht aus der Frage natürlich. Das 0 zu 0 aus dem Hinspiel, eine solide Ausgangslage für Augsburg. Nur ein Tor und der Favorit um Trainer Jürgen Klopp könnte ins Straucheln geraten. Genau darauf hofft Weinzierl. Wir wissen, dass wir gut verteidigen können, wir wissen, dass wir in der Umschaltbewegung stark sind und wir wissen, dass wir bei Standardsituationen stark sind. Von daher wissen wir auch, ein Tor und der Gegner muss zwei erzielen und das ist, finde ich, schon eine Ausgangssituation, die uns gefällt. Weil selbst beim 1-0 für Liverpool in der 90. Minute reicht uns ein 1-1 in der 92. Minute und ich hoffe, dass es spannend bleibt bis zuletzt. Augsburg ist klarer Außenseiter, doch als solcher kann Augsburg eigentlich nur gewinnen, wenn nötig, im Elfmeterschießen. Mit dem Unentschieden sind wir weiter oder im Elfmeterschießen, da gewinnen normalerweise auch die Deutschen. Und deswegen wissen wir, wenn wir hier nicht verlieren, dann haben wir sehr, sehr gute Karten. Vielleicht geht die Reise für den FCA durch Europa weiter, nicht nur die Belegschaft hätte Freude daran. Bis zum nächsten Mal.